Royal Fans enttäuscht, keine Geburtstags-Pics von Carlote Happy Birthday, Prinzessin Carlote, 3. Die einzige Tochter von Prinz William, 35, und Herzogin Kate, 36, wird heute bereits drei Jahre alt. Der süße Fratz hat trotz seiner jungen Jahre schon eine ziemlich große Fanbase vorzuweisen. Kein Wunder! Immerhin verzaubert das süße Geburtstagskind ihrer Untertanen regelmäßig mit niedlichen Auftritten und zuckersüßen Schnappschüssen. Doch ausgerechnet an ihrem dritten Ehrentag erleben die Fans des Mini-Royal eine herbe Enttäuschung, der Palast veröffentlicht heute kein neues Porträtfoto. Die Geburtstagsporträts der Königskinder haben eigentlich schon Tradition. In diesem Jahr mussten Fans des britischen Königshauses allerdings mit einem alten Schnappschuss der frischgebackenen Dreijährigen Vorlieb nehmen. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Palastes hofften viele von ihnen noch auf eine verspätete Veröffentlichung – das aber wohl vergeblich. Prinz William und die von Kambritke werden heute vermutlich kein Foto von veröffentlichen, verriet ein Insider dem Magazin.org. Was den kleinen Traditionsbruch ausgelöst hat, ist noch nicht klar. Man kann aber davon ausgehen, dass das fehlende Foto etwas mit der Geburt von Prinz Louis zu tun hat. Immerhin hat Charlotte erst vor einer Woche einen kleinen Bruder bekommen. Offenbar blieb da keine Zeit für eine Fotosession. Offenbar blieb da keine Zeit für eine Fotosession.